Musik Wir haben wirklich alle Golfer im Prinzip in unserem kleinen Verein vereint und was gibt Schöneres als an so einem Tag wie hier nebenan von den Profis zu stehen und einfach mit so vielen Golfern, die sie gar nicht kennen und trotzdem wie eine Familie zusammenkommen, Spaß zu haben. Also Reichensport hin oder her, das ist uns ehrlich relativ egal. Das hat schon was mit St. Pauli zu tun, da können alle zusammenkommen. Das war mal am Anfang unsere Grundidee, diese unterschiedlichen Typen auch beim Golfen zusammenzubringen. Hardcore motivierte Golfer, ein Tourspieler wie Sven Strüber, der uns seit Ewigkeiten betreut und wirklich da ein paar Stunden Spaß zu haben und gerne auch ein paar Stunden länger und nicht einfach so eine schnell durchgezockte 18-Loch-Runde. Also ich bin auch Green Eagle wirklich dankbar dafür, wir kennen die Jungs. Also mehr geht kaum, aber ich garantiere dir, es wird wieder was anderes noch geben und es geht doch immer weiter. Musik 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 Musik